Darf man öffentlich einer Frau einen Heiratsantrag machen? Erstmal, was meinst du mit öffentlich? In welcher Gesellschaft? Wo reden wir? Also zum Beispiel, man sieht eine in der Disco, die tanzt im Käfig und dann sagt man, ich möchte dich heiraten. Einkaufszentrum, ich möchte dich heiraten. Schaut mal, liebe Geschwister, wir lassen diese Tür zu wegen der Fitna. Dass man zu einer Frau geht und ihr offen einen Heiratsantrag macht. Wenn man zu diesem Zeitpunkt mit seiner Schwester oder mit seiner Mutter zusammen ist, könnte man die vorschicken. Dass sie zum Beispiel die Schwester fragt. Weil aus diesem Heiratsantrag kann sich ein Krankenhausaufenthalt ergeben. Was? Wenn der Mann gerade nicht da ist, aber er kommt dann dazu. Manchmal ist die Frau kurz vom Mann getrennt. Er ist in dem einen Laden. Er kauft zum Beispiel einen Baseballschläger. Und sie ist gerade im Damenschüchen-Geschäft. Und dann kommt sie heraus aus dem Laden und man sagt, möchtest du mich heiraten? Da wird der Mann sehr froh sein, dass er den Baseballschläger gekauft hat. Wenn du verstehst, was ich meine. Deswegen, man sollte das nicht machen. Das ist eine Fitna von allen Seiten. Man sollte diese Tür zulassen. Es geht nicht um den Heiratsantrag für sich. Man kann einer Frau einen Heiratsantrag machen. Natürlich, das ist nicht das Problem. Aber man muss natürlich auch gucken, wie die Situation ist. Bitteschön. Ja, der We ir primeiro is. Ja, der Sie sprechen gene. Ja, der Heiratsantrag. Vielen Dank.